hallo werte sammler und sammlerinnen ich bin selektor vom team jenets und sprüße euch herzlich zum neuen manga update es ist mal wieder soweit der juli ist vorbei und jemals sprechen schauen jetzt noch mal an was ich mir alles diesen monat organisiert habe und wir fangen an mit rezensionsexemplaren deswegen werbung und erstmal hätten wir hier vom altravers verlag zum einen den ersten band der ultra-edit von die legende von azfario hier war ich habe gedacht ach komm ich nutze jetzt meine chancen guck mal rein ist noch nicht gelesen der erste eindruck folgt dementsprechend auf jeden fall auch ich war es insofern ich fand es mutig weil mal kein generischer 0815 buchrücken sondern ein buchrückenbild ist glaube ich sogar das erste buchrückenbild was altravers gemacht hat wenn ich mich nicht komplett täusche und ja schick ich die dose soll sehr sech sein einige haben mir gesagt das wird nichts für dich sein lektor ich überzeugt mich lieber selbst dann der nächste titel den ich als rezensursexemplar von man irgendwann kurz auch schon altravers bekommen habe loser ranger die ersten beiden bände das war so eine reihe wo ich ein wenig ist aber vorurteile hatte und gedacht hab ne das wird nichts weil ich mit quintessentischen quintuplets nichts anfangen konnte auf lange sicht hin aber ich habe jetzt die ersten beiden bände gelesen ich muss sagen hat mir getaucht also na wirklich das hat mir echt gefallen ich habe selber nicht damit gerechnet dass es mir am ende dann doch so taugen würde aber here we are machen wir weiter mit einem rezensionsexemplar von der manga-ecke.de da hätten wir nämlich sleeping dead nummero zwei seite eingeschweißt ist dementsprechend noch nicht gelesen kommt aber noch dann my girlfriend is not here today der erste band die rezension ist online hat mir überraschend gut gefallen dann ein rezensionsexemplar von guten whatsapp johnny.de licorice recoil der erste band sehr sehr fein auch wenn es ich jetzt nicht unbedingt so begeistert davon war schaut am besten mein erstes anruf falls ihr whatsapp johnny noch nicht ausprobiert habt bis zum 15 8 mit dem code free lektor bekommt ihr kostenlosen versand und dann von der manga ecke habe ich noch stigmata icon bekommen den ersten und den zweiten band habe ich mir viel erhofft von und wurde leider echt enttäuscht also das war ein bisschen schade dann von manlin habe ich die stadt der freude nummer vier in der limited edition mit einem extra kapitel mit bisher unveröffentlichten material was auch spicy sein soll deswegen oh ich muss das mal weiterlesen und euch das vorstellen dann my online celebrity boyfriend der erste band der hat mir richtig gut gefallen hätte ich tatsächlich auch nicht damit gerechnet aber es ist mehr wie es ist halt effektiv eigentlich ein manga und das kein man war also kein webtoon halt seht schon als schwarz weiß später sogar unzensierte pimmel und tatsächlich echt lustig und dann noch von manlin soul sealers school life die neue reihe hinter dem ab vom autor finden starting formale ich habe auch schon reingelesen gefällt mir ganz gut ich muss aber noch fertig lesen um es euch dann vorzustellen dann haben wir ist die answer von carlson verlag beziehungsweise dem haja booster label sehr sehr guter einzelband auch wenn er sich ein bisschen viel vorgenommen haben problem die qualität ist scheiße also das buch ist also so richtig scheiße wir reden hier von unfassbar dünnen papier das ach nee dann vom haja booster label ebenfalls afro samurai auch hier die qualität ist okay so ein für haja booster freundlich sogar sehr sehr gut problem ist der manga hat mich halt echt nicht abgeholt und vor allem ist das keine definitive edition weil die alte ausgabe die bei carlson manga erschienen war war hardcover diese ausgabe ist soft cover what the fuck warum macht man eine neu auflage und macht dann die zu nie so gesehen schlechter ist naja dann von paper tunes habe ich rosen und champagner der erste band bekommen hier bin ich ehrlich ich habe bei dem cover gedacht das wird nichts sein und jetzt habe ich es gelesen und ich war sehr angetan also der hat mir getaubt doch und wir beenden das rezensions material mit keiner of the greats no see die manga dazu vom anime der zu mir nie hier geschrieben hat der war eher so nichts aussagen für mich und dann noch demon slayer school days der hat mich gut unterhalten wie gesagt zu fast einem davon ist schon eine rezension online oder folgt in naher zukunft und schon sagen wir machen jetzt weiter mit einer kleinen aktion von whatsapp johnny sing bleibt ja auch mal kurz werbung weil johnny ist ein guter kumpel und zwar hat er eine signierstunde mit kann dies morgen ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen wahrscheinlich nicht zu hashtag muted ich habe mir dann den ersten band gekauft ließ es mir auch hier signieren ihr seht hat nicht gut gehalten glücklicherweise habe ich auch ein shikishi bekommen ich fand zwar eine sehr coole aktion ich wollte die reihe dann eh holen weil die gute nanny mich da influenzt hat deswegen will die taugt nichts ich habe mir dem schwächen auch den dritten band schon geholt denn ich habe noch einen händler gefunden den schuber noch hatte der sonst überall schon vergriffen war auch wenn mein schuber ein ich weiß ich ob man es hier ja es ist eingedrückt sieht man auf der kamera jetzt nicht vermisst sich nämlich jetzt meine beleuchtung auch alles aber dann ist es auf jeden fall scheiße und ja jetzt kommen wir zu den regulären einkaufnahmen einerseits durch einen nutzer von discord weiß jetzt gerade nicht ob ich seinen namen nennen darf diesen wunderschönen kickis kleiner lieferservice werbeaufsteller da ihr wisst wie es läuft ich sammle gerne diese werbeaufsteller und da da habe ich das schöne ding dann habe ich auch den elfenband von die tagebücher der apothekerin mir geholt weil ich zum massen der elf noch nicht hatte und ich wollte das schicke ich hier auf der doko mir haben deswegen den hat mir auch die gute mail organisiert weil ich nicht sicher ob ich pünktlich zu komme und bevor es weg war das gleiche gilt auch für juju hakushu der erste band mit variant umschlag großartige reihe mein absolutes highlight diesen monat richtig richtig geil dann omniszendry das viewpoint der zweite band muss natürlich auch sein noch nicht gelesen aber ich kenne so gesehen er hat er schon dann auch der elfte band von no guns live der mir nachgeschickt wurde nachdem man den vorherigen band zu reklamieren musste und auch was für die englischen fans mit initial die der zweite omnibus ist eingetroffen bin gespannt weiter zu lesen und jetzt kommen wir noch zu den normalen taschenbüchern der mir einerseits als shinigami verdiene ich 300 jen pro stunde der war solide für das was es war der 14 band von jaiba weil ich natürlich up-to-date bleiben muss der elfte band von im somni x after school weil auch hier glow in the dark ich will up to date bleiben und ich glaube da fehlt nicht mehr viel das waren nicht mehr viele bände dann ist die reihe vorbei das weiß ich noch dann even if you slit my mouth band 2 wo ich gestern beim raussuchen realisiert habe ich habe den ja noch ganz fertig gelesen upsidupsi der fünfte band von ishield 21 wie immer ich habe so viel vergnügen mit der reihe ich finde sie so viel besser auch als slam dank ich weiß das ist blasphemie für viele aber es ist für mich einfach so ich habe echt freude und ich hoffe sehr dass mehr leute dem eine chance geben dann waren 25 und 26 von triage x weil die reihe nicht gut läuft und ich will up to date bleiben bevor da was auf print geht dann nach langer langer wartezeit ab sofort schwester nummero sechs noch nicht gelesen leider aber ich freue mich extrem drauf dann auch der 24 band von bungo stray dogs und hier kann ich jetzt eine kleine anekdote wieder erzählen denn euer aller freund lektor war ein wenig dumm also noch mehr dumm dumm als eh schon denn ich habe den gestern raus gekommen dann ist mir gefallen wo habe ich ein 22 und 23 dann habe ich in meiner bookshelf app geguckt wo ich alles dokumentierung gesehen oh mein gott ich bin ein richtiger vollidiot ich habe an 22 und 23 gar nicht gekauft ups ja jetzt weiß ich was bei nach kaufen muss da will man up to date bleiben dann verkackt man es trotzdem das ist ja und dann noch vom eckmann verlag marriage toxin nummer 4 der dritte band den ich erst kurz gelesen habe hat mir gut gefallen deswegen freue ich mich auch hier drauf zu lesen und der beste romans manga den wir dieses jahr bekommen karo und rin unbedingt wirklich falls ihr fans von einer guten romans seid schaut in karo und rin rein jedoch hört es hier noch nicht auf denn ich habe noch drei japanische manga für euch denn ich habe mal wieder bei mandarake was ersteigert und ich habe jetzt den hornig noch mal gefilmt wohl nach muss jetzt nicht sein auf jeden fall habe ich einerseits den ersten bahn von priest girl ersteigert das ist eine reihe die kennt keiner am besten ich bin auch ehrlich ich habe die für 500 jenner steigert das ist drei euro oder 250 zum zeitpunkt wo ich das ersteigert hatte also es ist echt wenig ich habe es einfach nur geholt weil innen drin auch eine süße zeichnung war für zwei euro nimmt man doch auch so einen signierten man damit vielleicht kriegen wir ja doch irgendwann noch auf deutsch oder englisch das wird mir auch schon recht also ich finde das sieht irgendwie schön aus habe ich mitgenommen und dann kommen jetzt allerdings zwei manga die dürften den meisten was sagen wenn ich auf japaner die immer als drei und vier fache in plastik und zwar der erste band von haus der sonne mit eine signatur der mann gar zu maßen das war ursprünglich mit einer widmung das hat man jetzt mit jetzt ja klar jetzt fällt mir das wort nicht ein nicht deck weiß ihr wisst was ich meine halt entfernt aber trotzdem unterschrift von tamo plus eine illustration der protagonistin wie geil ist das ich glaube ich habe dafür zehn euro bezahlt das ist nicht doch mein absolutes highlight ist eindeutig der siebte band von requiem of the roast king auch hier signiert zum massen auch hier war eine widmung drin die man entfernt hat aber trotzdem das ist richtiger und auch hier zehn euro oder so insgesamt 25 euro für drei signierte manga da kannst du halt nicht schmeckern vor an bei denen zwei was durchaus größeren und ja soviel dazu jetzt noch gezählt bis gleich und diesen monat ist es halt deutlich weniger als monat zuvor aber trotzdem immer noch relativ viel und es kommt auch nicht immer auf die masse an aber es sind stolze 37 wendel ist ein bisschen was schönes dabei gewesen seit diesem monat mit ein bisschen mehr zurückhalten der august wird deutlich ich muss aufpassen da muss ich nicht aufpassen aber ja soviel dazu was habt ihr euch alles im juli geholt gerne unten in die kommentare und es bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer vielen dank fürs zu sehen und ciao